Nur noch über smileshopping.de Ja, man wäre ja schön blöd, wenn man das nicht machen würde, weil, also, na klar, also, das ist ja eigentlich logisch, wenn man dadurch nicht mehr geben muss und damit gleichzeitig was Gutes tun kann und ich finde mein Produkt dann auch da, dann würde ich das natürlich machen. Das ist natürlich großartig. Ja, dann sollten wir da auf jeden Fall mal raufgehen heute Abend und mal checken, was da alles für mich zu kaufen gibt, weil je mehr ich kaufe, desto mehr spende ich. Vielen Dank.